Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ist das der absolute Wahnsinn, denn mehr Geschäft wurde vom Fokus ausgezeichnet als Wachstums-Champion 2019. In der Kategorie Unternehmensberatung und so weiter und so. Hauptsächlich für uns ist es interessant in der Kategorie Unternehmensberatung. Fallen noch ein paar andere Sachen mit rein. Von daher ist es jetzt mal ein kurzes, außergewöhnliches Video. Ich mach das mal hier hin, damit du nochmal einen schönen Preis siehst. Denn wir sind irre stolz, denn aus 12.000 Unternehmen in ganz Deutschland haben wir den ersten Platz gemacht. Ich weiß überhaupt nicht, wie es geschieht, aber wir haben es offenbar geschafft. Es gibt eine ganze Menge von Kriterien, die der Fokus dort ansetzt, um das zu bewerten. Kriterien, Umsatzentwicklung und so weiter und so fort. Das Statista erhebt jede Menge Daten und Marktforschungsdaten und darauf sind wir stolz. Mehr Geschäft hat viele Kunden, die sich an uns wenden und gecoacht werden wollen. Und Gott sei Dank sind die aller, aller, allermeisten zufrieden. Ich sag nicht, dass wir nie Fehler machen. Ich sag auch nicht, dass, weißt du, wo gehobelt wird, fallen keine Späne. Wir machen auch Fehler und mit Sicherheit gibt es da auch mal unzufriedene Kunden bei und die meckern dann vielleicht zu Recht sogar. Kann ja sein. Wir sind ja selber nur lernend, weißt du. Und ich bin nicht der Guru, der alles kann. Überhaupt nicht. Direkt Marketing, Online-Marketing, so sind wir relativ gut drin. Aber eine Firma aufzubauen, jo, hab ich auch schon ein paar Mal gemacht, ist jedes Mal was Neues. Und außerdem ist das eine Coaching-Firma. Habe ich vorher noch nie getan. Und Methusalem bin ich auch noch nicht, auch wenn ich vielleicht so aussehe. Also die Erfahrungen, die wir machen, machen wir auch alle zum ersten Mal. Und deshalb bin ich so stolz darauf, vom Fokus zum Wachstumschampion 2019 in Kooperation mit Statista gewählt worden zu sein. Das ist auch keine Abstimmung oder sowas, sondern das sind Hard Facts, die entscheiden am Ende, okay, die sind wirklich die Besten, das ist Nummer 1. Und das sind wir. Das ist mehr Geschäft. Und du bist mehr Geschäft. Ihr seid mehr Geschäft. Denn ohne euch wird es mehr Geschäft nicht geben. Und mehr Geschäft war wirklich nur eine fixe Idee am Anfang. Und was daraus mittlerweile geworden ist, ist echt gruselig, beeindruckend, faszinierend und macht mich echt glücklich. Und deswegen möchte ich einfach nur Danke sagen. Danke an euch, danke an dich, dass du unseren Kanal hier schaust, dass du vielleicht unseren Newsletter liest, dass du vielleicht dir unser Buch geholt hast, Online-Marketing-Companion. Wenn nicht, hier unter dem Video findest du den Link dazu, natürlich. Und wir haben uns gedacht, okay, Wachstumschampion, was machen wir daraus? Wir bieten dir auch die Chance. Werd auch Wachstumschampion, oder? Was machen wir? Du weißt, ab und an telefonieren wir mit Interessenten oder Kunden, aber immer nur sehr begrenzt. In letzter Zeit haben wir sehr, sehr wenig getan, weil es einfach zeitlich nicht passt. Aber zur Feier des Tages machen wir 30 Slots frei. 30 Slots, Achtung, das ist ein Telefonhörer, wo wir sagen, okay, lassen wir miteinander telefonieren. Wir telefonieren miteinander und machen eine Komplettanalyse deines Businesses. Wo stehst du oder wo willst du hin? Was für ein Business möchtest du gründen? Oder wenn du schon eins hast, was sind für dich die nächsten Stunden? Was ist deine Online-Marketing-Blaupause? Das ist das Versprechen. Wir entwickeln eine Online-Marketing-Blaupause für dich, mit der du nach diesem Telefonat losmarschieren kannst, Kunden gewinnst und Umsatz generierst. Das ist der Deal. Was kostet das Ganze? Zero Euro. Nichts. Ist einfach for free. Wir glauben nämlich daran, dass es noch nie so leichter wie heute mit dem Internet sein eigenes Unternehmen entweder zu gründen oder aber dahin zu bringen, automatisiert, maximal automatisiert zu laufen. Denn meine Definition eines Unternehmens ist es, ein Unternehmen ist ein kommerzielles, profitables Business, das von selbst funktioniert. Und einer der Punkte, in denen Unternehmen oft scheitern, ist Vertrieb, ist Kundengewinnung. Und genau darüber lass uns doch mal am Telefon sprechen. Was ist deine Strategie, um automatisiert Online-Kunden zu gewinnen? Wie kriegst du das hin? Wie können wir deinen Nutzen deiner Produkte oder Dienstleistungen messerscharf auf den Punkt formulieren? Genau das kriegst du in den Telefonat. Aber wir machen das nur 30 Mal. Von daher, sei schnell. Hier unter dem Video in der Beschreibung findest du den Link. Das ist der erste Link. Da klickst du drauf, kommst auf eine Seite und da kannst du dich eintragen. Okay? Trag dich einfach ein. Und wenn du schnell genug bist, gehörst du zu den 30 Glücklichen. Und wir kontaktieren dich, machen den Termin aus und dann treffen wir einfach mal miteinander. Okay? Du kommst dafür in Frage, wenn du entweder A, jetzt noch am Anfang stehst und noch gar nicht so genau weißt, wo willst du hin. Oder B, wenn du schon ein Business hast, vielleicht auch schon sehr etabliert und für dich eine perfekte Online-Marketing-Strategie entwickelt haben möchtest. Kostet normalerweise viel Geld. Machen wir jetzt gratis. 30 Mal. Also sei schnell und klick auf den ersten Link hier unten in der Beschreibung. Und nochmal, das ist ein ganz ordentlich dicker Hund. Da sind wir wirklich stolz drauf. Und vielen, vielen Dank an euch. Ohne euch wäre das nicht machbar. Und nicht möglich. Also, wenn euch das auch gefällt, dass Mehrgeschäft der Wachstums-Champion 2019 geworden ist, dann gebt dem Video doch einen Daumen nach oben. Hinterlasst uns gerne einen Kommentar. Und unter allen, die kommentieren und einen Daumen nach oben geben, verlosen wir noch drei coole Mehrgeschäft-T-Shirts und Pullis. Super, oder? Also, Daumen nach oben. Hinterlasst uns gerne einen Kommentar. Dann nimmst du am Gewinnspiel teil. Drei T-Shirts, drei Pullis und abonnier den Kanal. Vielen, vielen Dank. Bin echt gerührt. Ciao. Euer Pascal.